Hallo und Willkommen beim Witz des Tages von der Minute der Winter Heute der Frauenwitz Moment Hallo liebe Leute Grüße zum Witz des Tages Heute der Frauenwitz Fast jeden Tag kommt ein Witz von mir Und zwar ist er von Lebs Schneider, hat er mir im Facebook geschickt Könnt ihr auch Und der Frauen Sie geht so Warum haben Frauen Eingehenzelle mehr Als ein Pferd Damit sie beim Witz nicht den Eimer leer saufen Warum haben Frauen Eingehenzelle mehr als ein Pferd Damit sie beim Witz nicht Den Eimer Wasser aussaufen Und Erklärung Pferde Saufen sofort Den Eimer Wasser leer Und umgefragt Und deswegen haben wir eine Eingehenzelle mehr Sonst würden sie auch nochmal sofort den Eimer leer saufen Ok, ciao Kakao Und bitte abonnieren Auf Wiedersehen Auf Wiedersehen Auf Wiedersehen